Content is King ist für mich ein absolut leeres Schlagwort, was sein kann, das stimmt, das ist mir aber völlig egal. Natürlich sind schon immer Inhalte das, was Menschen interessieren. Aber das ist eine banale Feststellung. Man muss versuchen, in meinen Augen, die Geschichte über und mit einem Produkt oder einem Menschen oder was auch immer man vermarkten möchte, so zu erzählen, dass mehr als nur die vier Leute, die da hauptberuflich von leben, darauf auch nur eine Sekunde Lebenszeit verschwenden. Wenn man das geschafft hat, dann ist man einen Schritt weiter. Noch nicht am Ziel, aber immerhin einen Schritt weiter. Social Media ist natürlich ein Feld, in das viele rein wollen und wenige rein können. Das hängt da vor allem von dem Fehler ab, den viele Menschen machen, zu glauben, es sei ein weiterer Kanal. Social Media ist eigentlich eine Haltung. Und wenn man diese Haltung nicht anpasst, der Realität, die da draußen im Netz vor sich geht, dann wird man mit klassischen Kommunikationsmethoden dort nichts ausrichten können. Das Ganze ist wesentlich prozessualer geworden. Ich will sagen, egal welche Kommunikation, welche Markenkommunikation man ins Netz schießt, sie ist immer gleichzeitig auch eine Art Marktforschung, und zwar eine Live-Marktforschung. Und entweder passt man Kommunikation und Produkt bis zu einem gewissen Grad an, an diese Erkenntnisse, die man in dieser Live-Marktforschung hat, oder man wird untergehen. Das sage ich jetzt bewusst ein bisschen dramatisch überhöht, weil ich das gar nicht anders kann. Ich glaube, Bewegtbild-Videos werden heute erwartet, sind aber trotzdem nicht Pflicht. Es kommt da hauptsächlich auf die Idee an, mit der man das Ganze tut. Aber natürlich, Geschichten erzählen, was ich vorher gesagt habe, lassen sich mit Videos häufig viel leichter als mit Bildern, als mit einzelnen Sätzen, als mit Texten. Wobei die große Kunst ist, alles so miteinander zu vermengen, dass der Text zum Video, zum Bild, zur Fotogalerie, zum Soundbit gemeinsam eine Geschichte ergeben, die die Leute auch interessiert.